UNTERTITELUNG 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 Bist du sicher? Ja. Das wird ein Abenteuer. Der erste Mensch auf dem Mond. Das wär was. Unser Job ist extrem schwierig. Er erfordert so unglaublich viele technologische Neuentwicklungen, dass wir bei Null anfangen müssen. Erst wenn wir diese Aufgaben gemeistert haben, können wir daran denken, auf dem Mond zu landen. Neil, wenn dieser Flug ein Erfolg wird, gehen Sie in die Geschichte ein. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Wir planen, dass der Flug ein Erfolg wird. Das ist ja vielleicht ein fettes Gerät. Das Ding geht hoch wie eine Atombombe, wenn es explodiert. Die Kapsel ist nicht sicher. Wir müssen unsere Fehler auf der Erde machen, nicht da oben. Das ist keine normale Reise, Neil. Keine Fahrt zur Arbeit. Kommst du auch bestimmt wieder? Es gibt Risiken, aber wir haben die feste Absicht zurückzukommen. Hört jemand mal ein Schweizer Armeemesser? Schweizer Armeemesser? Soll das ein Witz sein? Dann mal los! Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zahlen Sie dafür nicht einen zu hohen Preis an Geld und Menschenleben? Wenn man hier unten steht und nach oben blickt, denkt man nicht daran. Aber die Weltraumforschung verändert unsere Perspektive. Wir können dadurch Dinge sehen, die wir schon längst hätten sehen sollen. Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben alles unter Kontrolle. Für euch ist das ein Spiel. Ihr habt gar nichts unter Kontrolle. Leute, wir müssen nur noch kurz ab. Ich bin jetzt nicht auf, wir müssen die Weltraumforschung einbe��는. Wir müssen die Weltraumforschung, die wir nur selbst in die Weltraumforschung haben. Wird die Weltraumforschung einbekommen?